Eine Straße rebelliert. Es geht um eine der wichtigsten Verkehrsader in Schwerins, seit Jahren dringend sanierungsbedürftig. Nach einem endlosen Hin und Her entschied sich die Landeshauptstadt, die Roganer Straße endlich auf Vordermann zu bringen. Anliegerbeteiligung ist Pflicht, so will es das Gesetz. Problematisch der Kostenpunkt. Wir haben ja 23 private und drei gewerbliche Anlieger, auf die sich jetzt die Kosten, die Anliegerbeiträge praktisch verteilen. Nach der Ursprungsrechnung bin ich mit fast 100.000 dabei. Und das ist ja schon ein Betrag, den man als Rentner nicht einfach so aus der Hosentasche zieht. Im Bereich der Bornhöwitzstraße in Schwerin wird momentan intensiv saniert. Straßenbauabgaben? Selbstverständlich. Allerdings wird das hiesige Pflaster fast bis zu 100 Prozent von den Anliegern selbst benutzt. Wohl gerecht, meinen die Zahler. Und zahlen. Ganz anders in der Roganer Straße, wo der Stadt- und Fernverkehr Tag und Nacht ununterbrochen läuft. Dann ist die gesamte Straße 1,4 Kilometer lang in der Baumaßnahme. Und wir Anlieger wohnen praktisch auf einem Teil der Straße, der nur etwa ein Drittel der Baulänge ausmacht. Wir sollen aber dann für die ganze Straße aufkommen. In Rostock sieht die Situation etwas anders aus. Von den Sanierungsmaßnahmen sind hier Anliegerstraßen in der Kröbeliner Tor-Vorstadt betroffen. Das belebte Studenten- und Szeneviertel wird auch von Touristen gerne besucht. Hausbesitzer sehen sich somit gar nicht in der Pflicht, für die gesamten Baukosten allein aufzukommen. Sehr wohl wurde aber gegen diese Bescheide auch geklagt vom Verwaltungsgericht. Leider sind diese Klagen aber letztendlich durch das Gericht abgewiesen worden. Alle Anwohner in der Roganer Straße in Spurin sind sich einig. Der jetzige Zustand ist unzumutbar. Das alte Kopfsteinpflaster sorgt für einen enormen Lärmpegel. Wenn LKWs entlangfahren, beben die Fassaden. Nachts ist die Situation besonders schlimm. Doch nicht alle sind bereit, für die nächtliche Ruhe tief in die Tasche zu greifen. Selbst wenn die Stadt inzwischen Baukosten und Beitragshöhen neu berechnete. Da sagen einige, ist immer noch zu viel, verstehe ich auch. Es gibt aber auch einen ganzen Teil in der Roganer Straße, die gesagt haben, wenn das wirklich die Summe ist, bin ich bereit, diese zu zahlen. Weil insgesamt natürlich eine deutliche Verbesserung entsteht. Direkt im Herzen Spurins wird demnächst auch saniert. Die Anlieger werden zur Kasse gebeten. Ärger? Vorprogrammiert. Dabei haben die Städte Berlin und Hamburg die Straßenbaubeiträge gänzlich abgeschafft. Im Land Baden-Württemberg zum Beispiel gab es diese noch nie. Länder und Kommunen dürfen darüber selbst entscheiden. Auch das hält das Gesetz fest. Zum potenziellen Vorteil der Bürger. Das Straßenausbaubeitragsrecht ist der Versuch, Vorteile, die einzelne von einzelnen Straßen zu haben, abzuwälzen auf diejenigen Grundstückseigentümer, die besondere Vorteile haben von diesen Straßen, bevor dann der Rest des Aufwands für die Herstellung der jeweiligen Straße zu tragen ist von dem Steuerzahler. Der Landtag hätte das Problem regeln können oder eher müssen, denn es brennt in Mecklenburg-Vorpommern an allen Ecken und Enden. Beispiel Spurin. 500 Straßen, 350 Kilometer Gesamtlänge, 4 Millionen Euro Sanierungskosten jährlich. 1,2 Millionen davon tragen die Anlieger. Mit knapp einem Viertel sind sie an dem vorwiegend gemeinnützigen Straßenbau beteiligt. Gerecht sieht anders aus, sagen die Betroffenen auf beiden Seiten der Barrikade. Wir wollen es ja auch nicht zwingend erheben. Ich wäre froh, wenn ich eine Anliegerförderung hätte und dadurch auch die Last der Grundstückseigentümer reduzieren könnte. Das ist uns aber leider nicht vergönnt. Die Anlieger aus Spurin wollen Druck auf die Kommunalebene ausüben. Doch mehr Geld in die Stadtkasse bringt dieser Druck wohl auch nicht. Straßenbaubeiträge und Sanierungsmaßnahmen müssen gleich reduziert werden. So lautet das Fazit. Wir sind in der Lage, die Stadtvertreter zu initiieren, über die für sie von der Verwaltung vorbereiteten Beschlüsse mal nachzudenken. Und das passiert auch. Das ist in den letzten Monaten passiert. Es wird nicht mehr einfach hingenommen, abgesegnet, abgehakt, sondern die Stadtvertreter fragen auch nach. Muss das sein? Ist das so? Bis es irgendwann zu einer Kompromisslösung kommt, wird die Revolte in der Rouganer Straße in Spurin noch dauern. Wer dabei seine Ruhe haben will, muss sich selbst eine Ablängung suchen. Möglich eine kostenlose.